Wir spielen immer noch mit Abby im Truck. Ich weiß nicht, wo wir Alice getötet haben, aber bestimmt haben wir den auch getötet. Wie jeden Hund anscheinend. Hast du wie viel er ist? Das Stadion zu benutzen ist echt eine mega, mega Idee. Das feiere ich mega krass einfach. Hey, Manny, wo willst du hin? 2. Truck S24 kommt mit dem X2. Und im Erleben sei lang und dein Tod sei schnell. Oder mein Blutplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, es ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildblacks. Da würde sich wer vor der Verantwortung drücken. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt, nachdem er gar nicht so einen Kopf trommelt. Lars, schick! Kick da rein! Festhalten! Oh mein Gott! Töte dich wohl! Was erwartet? Ja. Ach, ja! Schaffst du, was wir machen? Ich treff einfach nix. Mehr rein! Das war nicht klar. Auf die Pferde schießen, wie ungefähr. Stau verlieren. Ich glaube, ich glaube, wir verlieren das. Wir haben nicht gut geschossen. Wir haben kaum was getroffen. Verdammter Scars! Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein! Und ich wusste nicht, dass wir endlich Munition da drauf haben. Das habe ich zu spät gecheckt. Schauen wir nach, ob sie sicher ist. Können wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Kentucky? Aber wir können hier noch Münzen sammeln. Wahrscheinlich ist das aber jetzt für das Spiel unwichtig. Ist eher ein Collectible, was wir noch machen können zusätzlich. Okay, nehmen wir mal alles mit. Jetzt habe ich für eine Rohrbombe freigeschaltet. Finde ich nice, dass die andere Fähigkeiten hat als Ellie. Finde ich schon nice. Aber wo sind die anderen dann? Die nehmen wir auch mal mit. Ach, können wir mit ihr jetzt auch Sachen verbessern? Ich glaube, Tatsache, dass die dass die Story von Apps kleiner ist als die von Ellie, oder? Also deutlich kleiner. Hier gibt es zu viele Verstecker. Nur ein Bruchteil kleiner. Bitte. Hier ist jemand. Infizierte. Aber wenn ihr nur ein Bruchteil kleiner ist, dann spielen wir jetzt fast nur noch mit Apps statt mit Ellie. Was? Okay, das heißt, wir müssen uns auch zusammenbasteln und looten. Okay, da gibt es auch einen Skillbomb, aber der ist auch erstmal noch nicht freigeschaltet weiter. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen gucken. Und weg mit dir! Und weg mit dir! Ich höre noch was! Und weg mit ihm! Ich höre noch was! Ich höre noch was! Da ist noch ein Wanner! Den können wir von hier wahrscheinlich noch holen! und weg mit ihm! Und weg mit ihm! Alles sauber? Haben wir hier den Loot übersehen? Hier ist eine riesen... Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Riesenhalle und kaum Loot. Und ich übersehe alles. Da haben wir noch ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Ich hoffe, wir übersehen nicht so viel. Ich muss mich Tatsache sagen, wir würden, dass wir jetzt nicht mit Ellie weiterspielen. Ähm... Können wir da rüber springen? Seine Axt. Und jetzt? Hier geht's weiter. So, hier haben wir ein bisschen Loot. Nice! Okay, es ist schwerer bei jetzt, bei Ellie den Skillbomb hochzubekommen. Die Frage ist jetzt, da können wir nicht weiter. Wir können vielleicht... Oh, kommen wir da rüber? Um erstmal auf die neue Skillbomb zu bekommen. Zum Beispiel mehr Gesundheit. Das ist gleich gut. Das ist gleich gut. Danke, Hund. Wir haben uns gerettet. Komm sie! Bek mit ihr? Nein! Bek, bek, bek! Achtung, der Fessler! Und tot. Das war nicht so günstig, da waren doch ein paar mehr als ich dachte, ich hatte keine Axt mehr. Uiuiui. Team MT, vielen Dank für dein Abo! Vielen, vielen Dank für den 10. Monat! Herzlich willkommen im Stream! Da hinten ist noch einer. Ach, das war's schon? Ne, da ist noch einer. Ja! Das war jetzt aber easy. Nein, wie geht's dir TNT? Biss! Was? What the fuck ist da hinten? Ist das ein Bloater? Oder ein Shambler? Ein Shambler. Da hinten noch was? Sind alle okay? Ja! Die Munition wird aber knapp. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja! Verfickte Scheiße! Verschwinden wir von hier! Wir müssen gucken, ob wir noch irgendwo ein bisschen Munition entdecken, sonst haben wir ein Problem. Mich wundert, dass hier so wenig rumliegt und wir so wenig holen können. Eieieiei! Hallo Fetti! Die geben auch nix, ne? Hm! So, wo geht's denn jetzt weiter? Da geht's irgendwo vielleicht hoch, hier geht's nicht raus. Geht's weiter noch. Hier ist ja alles, alles voll. Hier kann ja überall was sein. Hier geht's auch nicht weiter. Die müssen ja irgendwo wahrscheinlich hochkommen. Und da sind auf jeden Fall noch Schrauben. Die hätte ich fast übersehen. Oh, das ist aber echt mies. Das ist echt mies. Also die paar Schrauben hier zu finden, das ist echt mies. Hier geht's weiter. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob hier was ist. Ich glaube, Tatsache, was Lady Ultramov sagt, dass es hier echt schwer wird, die Sachen hochzuskilln, das ist Tatsache so. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier gut rauskommen. Oh, das war falsch. Hier lang müssen wir natürlich... Da war hier eine Öffnung. Bei ihr danke. Hier war die Öffnung. Da gucken wir, ob's hier rausgeht. Ja, und ich muss wieder Bücher finden, das auch. Gut. Ladies first. Ladies first. In einem Monat pass ich da nicht mehr durch. Na los, Apps. Ich dachte, Ladies first. Ich mach die Apps. Okay. Puh. Okay. Abi, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja. Ja nicht. Die Pflanzen hier leben. Wow. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Naja. Unser Casanova ist... Ich mag ihn nicht. Ich finde ihn unsympathisch bisher. Tut mir leid, aber ich mag ihn echt nicht so.